Ein junger Muslim hat mich ein Video gemacht, wo er von mir warnt und verschiedene Dinge bringt. Und leider merkt man, dass der Bruder wirklich gar keine Ahnung, kein großes Wissen vom Islam hat. Als erstes sagt er, dass wir sagen würden, also Pia Vogel und Co. sage ich jetzt mal, weil ich sage ganz von vornherein, wir sind keine Wahhabiten, wir sind Muslime. Wir rufen nicht dazu auf, Mohammed Abdul Wahhab zu vor Augen, wir rufen dazu auf, dem Propheten Mohammed zu folgen. Und Mohammed Abdul Wahhab ist ein Gelehrter des Islam gewesen, der, wie alle anderen Gelehrten, Fehler machen kann und richtig liegt. Da, wo sein Wort mit Koran und Sunnah beeinstimmt, nehmen wir sein Wort. Da, wo sein Wort nicht mit Koran und Sunnah beeinstimmt, nehmen wir sein Wort nicht. Und es gibt wesentlich größere Gelehrter als Mohammed Abdul Wahhab, wie beispielsweise Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i und Ahmad ibn Hanba, die ohne Zweifel wesentlich größeres Wissen hatten als Mohammed Abdul Wahhab. Aber man will uns gerne in so eine Sekte hineinschieben, wie alle anderen Sekten. Aber wir sind keine Sekte, weil alle anderen Gruppen, die haben irgendwie jemanden, einen Guru, dem sie blind folgen. Und so ist es bei uns nicht, sondern wir folgen blind dem Propheten, und wir folgen als Gruppe den Zahabern. Und so ist es bei uns nicht, sondern wir folgen.